ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer anderen news wird jetzt auch kommende woche dann wohl an den start gehen heißt ex das wird wohl ein neuer spielmodus werden in fortnight ja mega mega interessant wie es genau ablaufen wird wissen wir noch nicht aber heißt ex bedeutet hoher einsatz also es wird wohl high risk gameplay gefordert werden das kann ich jetzt nicht so genau sagen ich vermute ich weiß es nicht ich vermute dass es so ein spielmodus sein wird wie damals mit diesem wo du doch diese mit den superkräften da gewesen ist wo du auch schießen konnte wie ist der thanos ich vermute dass sowas sein wird ich weiß es nicht ich weiß was du meinst und ich wollte fragen ob das dann nochmals heißt ex nein das weiß ich nicht das ist im battle royale modus sein wird ich weiß es aber nicht vielleicht ist es auch ein komplett eigener spielmodus auf jeden fall klingt es mega interessant also auch die skins seht jetzt hier den mit dem herzblatt auf der maske das gleiche gibt es natürlich noch mal mit pik kreuz und karo aber ein bisschen anders darauf wo aber schon mega nice also sieht auf jeden fall spannend aus das teil ja also ich sobald heißt ex rauskommt werden wir es anzocken für euch vielleicht machen wir dann so kann live stream oder wird auf jeden fall interessant werden also absolut immer jetzt die news bei uns haut rein macht's gut bis dann und tschüss